Oh, wir sind beinahe unten. Wie Sie sicher bemerkt haben, haben wir etwas Unsanz aufgesetzt. Aber wir sind sicher gelandet und Sie brauchen keine Sauerstoffmasken mehr. In ein paar Minuten... Was würden Sie sagen, wenn man Ihnen erzählte, der Mensch, den Sie am meisten lieben, hat nie existiert? Ich will zu meiner Frau. Sie ist gestern angekommen. Ich fürchte, es gibt keinerlei Unterlagen über Ihre Ankunft. Aber ich habe heute Morgen mit ihr gesprochen. Sie wohnt im Zimmer 1250. Sir, wir haben kein Zimmer mit dieser Nummer. Was würden Sie riskieren? Wie weit würden Sie gehen, um sie zu finden? Wenn Sie Jack längstens sind, sind Sie unaufhaltsam. Wohin wollen Sie? Der Damm kann jede Sekunde brechen. Meine Frau ist da oben, verdammt! Nimm meine Hand! Nein! Nimm sie! Lass du dich selbst, Jack! Ja, was für einen Mann heilst du mich?